Einmal lecker, einmal eklig oder so? Ja, wir können zweimal eklig, einmal lecker oder so. Weil wir haben ja nicht so viel lecker. Herzlich willkommen bei YouTube auf YouTube zu diesem neuen Video. Mit dabei Chrissi. Hi. Ash. Moin. Mama. Hi. Und Papa, der macht aber nicht mit. Ich bin normalerweise auch dabei. Aber die hauen sich so viele Zuckersachen da rein. Wir werden heute eine Chat-Challenge machen. Habe ich schon ein paar Mal mit den beiden hier oder mit dir auch als Short gemacht. Richtig lustig. Wir haben hier nämlich ein Short-Glas. Das befindet sich auf so einem... Das ist lustig. Untersetzer. Den kann man drehen. Und da wo das Ding stoppt, der muss trinken. Egal was da drin ist. Wir haben eklige Sachen, wir haben leckere Sachen. Und wir haben auch so richtig eklige Sachen. So, jeder geht auf einen Ecken, wir sind zu viert. Ja, machst du was? Also einer da, einer da, einer da, einer hier. Wo willst du hin? Ich kann das noch da. Ja, dann let's go. Okay. Ich will sagen, fangen wir mit etwas ekligem an oder? Ja. Irgendwie haben wir viel mehr. Also wir haben mehr eklige Sachen als leckere Sachen. 6, 7, 8, 9 eklige. Ich weiß nicht, ob der Karottensoff abgelaufen ist schon. Ja, was? Doch, 2021 schon. Äh. August 2021. Dann ist es besonders eklig. Das ist nicht nur eklig, das ist... Lebensgefährlich. Ja, genau. Lebensbedrohlich. Oh Gott. Wenn am Ende am Video steht, die sagt sie, wovon Prüfe ich es ausgeführt. Okay, was nehmen wir zuerst an den ekligen Sachen? Bier. Zitronensaft. Zitronensaft? Ja, das ist nicht ganz so eklig. Okay, wenn es zum Einstieg ist, ist das noch gut? Wo hast du die eigentlich ausgegraben? Auch 2020 gekauft. Garage. Boah. Nee, ich war kurz einkaufen, Max. Du warst kurz einkaufen? Ja. Am 07.12.2021 ist das Ding abgelaufen. Nice. Gut zu wissen. Nice. Ist doch gar nicht so lange her, oder? Das hast du ja auch. Aber Zitrone wird nicht schlecht. Das riecht noch frisch, glaube ich. Gut zu wissen. Das riecht noch an Zitrone. Okay. Wir befüllen das Glas. Mhm. Boah. Das sieht jetzt so dunkel. Das sieht jetzt nicht so richtig frisch aus. Ich würde sagen Bauchschmerzen und Durchfall inklusive. Wer will drehen? Ich. Ich füllen. Okay, der, wo das jetzt hin zeigt, der muss trinken. Ja! Gönnt ihr, Mama. Okay. Jetzt, jetzt. Nein. Kann ich ein bisschen Zucker da rein tun? Hä? Nein. Einfach so nehmen. Im Ganzen auch noch. Der ist nicht immer gut. 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 Der stinkt. Sag mal. Der stinkt. Oh, da war vorher was anderes drin im Glas. Der riecht gut. Halt mal in den Licht. Ah, nice. Ist gut, wenn du diese Dinger hier rutscheln. Ist schön. Da waren ein paar Stücke drin. Da waren ein paar Stücke drin, aber sonst. Riecht du das? Nein, der ist nicht immer gut. Aber ist das schlecht? Ja, das ist die Familie. Das riecht nach Hundefutter. Nice. Riecht mal. Hä? Das riecht noch nebenbei so nach so einem Binden. Das riecht nach Zitronensaft. Ich bleibe nur das in der weißen Stücke drin. Nein, da sind irgendwelche. Das sind die weißen Stücke. Auch gesehen. Einen Schluck nehmen. Trink einfach komplett. Ich meine, das ist ja kein... Was riecht das? Und? Oh. Aber es... Guck mal, es ist noch sauer. Also es ist noch gut. Solange die Zitrone ihre Säure hat, kann man das mal trinken. Ja. Riecht es dir noch gut? Oh, ja. Okay. Christi, weil mein Wunstiger sind durchgehend. Also das Drehen meine ich. Ja. Aber ich wasche auch mal raus. Ja, okay. Mach's nehmen wir als nächstes. Warte, machen wir eklig, eklig lecker? Oder machen wir mal abwechselnd? Aber wir können ja... Also entweder abwechselnd dann doppelt oder halt zwei... Was sagst du? Wollen wir jetzt was leckeres reinmachen? Ja. Okay. Ja, nimm die Fanta da. Die kennen wir noch gar nicht. Die Lieder. So, die nehmen. Die grüne? Energy? Nein. Komm, lass mal die grüne Fanta. Die grüne Fanta. So, ich drehe ihn. Also was wollen wir nehmen? Ach so, okay. Die Person die dran war dreht? Ja, genau. Okay, dann machen wir das so. Weiß ich nicht. Nimm Tropical. Ich habe das noch nie gesehen. Die Solveys ist lecker. Eigentlich könnte man nur mit den ekligen Sachen machen. Das wäre für lustiger, oder? Äh, ja. Aber ein bisschen was leckeres können wir auch noch zwischendurch machen, oder? Na gut. Riecht gut? Ja. Könnte, könnte nice sein. So, pack rein. Kipp rein. Schmeiß rein, das Ding. Okay. Mauer, drehe. Ich drehe. Ah! Jawohl! Was hast du überhaupt zerletzt? Sag mal gleich, das ist irgendwie... Das riecht nach Ananas. Tropical ist das. Das ist safe Ananas mit drin. Ist das Russisch? Ja, das ist irgendwas Russisch drauf. Ja. Und, schmeckt's? Schmeckt gut. So ein Tropen Geschmack soll das sein, klar? Sehr, sehr nice. Okay, jetzt was eklig ist. Nehmen wir Bier. Ja, das ist mehr drin. Ja. Okay. Soll ich einfüllen? Ja, okay doch. Aber erstmal abwischen? Ja. Also wenn ich sie jetzt krieg rütt, ne? Also... Du darfst das nicht. Mal schauen, wer es bekommt. Das vergibt es? Schmeckt's? Das vergibt es? Schmeckt's? Das vergibt es? Nein. Ja, man. Die ist noch gut. Keine Sorge. Die haben wir erst vor ein paar Tagen geholt. Die hält noch ein bisschen. Okay. Schmeckt die lecker? Bitte? Okay, let's go. Das wird spürt, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Als Erstens hast du keine Frage. Mach das nicht so voll. Biers um 16 oder ab 18? 16. Soll ich? Ja, Chrissy du drehst? Jooooooooh! Okay Chrissy. Ich bin doch nochmal. Ich hätte ja so leicht gespielt. Ach so. Du musst es mehr machen. Soll ich nochmal? Was? Okay, dann mach nochmal. Mach nochmal. Man soll sich nicht selbst drehen? Nee. Ich habe Angst, dass ich das Glas überlegen würde. Mach's doch nicht, let's go. Nein, 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 nein. Ich mach kein hier. Das ist aber eher Mama. Ja, ja, eher Mama. Aber Mama trinkt kein Bier. Du willst das auch trinken, oder? Nein, lass nur noch mal spielen. Das war auf der Hälfte. Ja, dann auch noch mal. Wir machen das jetzt so lange, bis er scheiße hat, oder was? Naja, das bin dann wohl ich, oder? Ja, das bist du. Leute, ich mag eigentlich auch kein Bier. Ich bin gar nicht mit Alkohol dran. Und? Schmeckt super gut, na, Spaß. Schmeckt nicht. Hast du nicht mit dem Tuch gehabt hier? Ich muss abwaschen. Warum läufst du jetzt die ganze Zeit hin und her? Wasch doch, trockne einfach ab. Was? Mit dem Tuch? Ja, einfach rüberwischen. Du willst doch jetzt nicht jede Runde hin und her laufen hier, oder was? Hab ich das jetzt gemacht? Ach, Quatsch. Bier an der Nase. So, was nehmen wir jetzt wieder? Was leckeres oder was eckliges? Das hier, bitte das hier. Ja, okay, er schmeißt rein. Das ist nur noch mal ecklig. Leute, wart ihr schon mal auf den Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Schreibt es gerne rein. Wir müssen auf jeden Fall gehen, sobald er auf hat. Ein paar Mal hin. So Esch, jetzt pack rein. Wir wollen weitermachen. Mach mal so hier. Was ist das? Was heißt das? Das ist übrigens Dirty Energy, Mango, Kokos. Kennt ihr das? Du musst längere Fingernägel haben, Ash. Ja, mach dir erstmal Fingernägel. Max, du lässt uns hier auch voll von Kack mit dem Eifelöl. Ja, mach. Boah, das Ding ist das schmeckendste, aber ich mag das sogar. So, Max. Nein! Ey Ash, du bleibst richtig. Ey Ash, du bist doch nicht dran. Hallo? Du musst noch Geschichte lernen. Ja, guck mal, jetzt kann einer besser gleich Geschichte lernen. Das ist ja voll aufgeregt. Aber das ist richtig. Ich glaube, du kriegst nicht mit einem Schluck. Doch. Das kriegst du eh hin. Magst du das? Nein. Nein, aber erstmal ja sagen wollte. Rat mal was es ist. Eistee. Mango, Kokosnuss wäre richtig. Mango, Kokosnuss? Kokosnuss schmecke ich aber auch ehrlich gesagt nicht. So, als nächstes würde ich sagen Würstchenwasser, oder? Warte, lass Tabasco nehmen, komm. Nein. Doch, wir machen jetzt Tabasco rein. Ja, aber ich kann mich ja selber nicht drehen. War das nicht so? Stimmt, stimmt. Leute, jetzt kommt das fieseste Zeug, glaube ich. Obwohl, es gibt ja noch fiesere Sachen. Aber das machen wir nicht voll, ne? Wir haben ja zum Beispiel so Pilzwasser. Nein, mach so ein paar, das ist ein bisschen was trinkt auf jeden Fall. Lass mir jetzt mal das aus. Da habe ich schon was gewischt. Das ist so dickflüssig. Das ist so dickflüssig. Das muss doch richtig, man muss das trinken können. Hä? Mit Wasser verdünnen? Nein. Das kann man doch nicht trinken. Mit Bier verdünnen. Mama muss machen. Ja, scheiße. Eigentlich bin ich dran mit Tränen, aber gut. Das ist scharf, das ist scharf. Hau rein, da kommt nicht viel raus. Und? Schmeckt halt sogar. Ich habe nur einen Tropfen jetzt. Und go. Jetzt muss ich aber abwaschen gehen. Ich kann abwaschen. Scheiße, ist doch scharf. Das Ding ist, Leute, das ist so eine Sorte Tabasco mit Barbecue-Geschmack. Das ist nicht dieses Standard-Tabasco. Was Besonderes. Nein, das ist auch was anderes nicht. Also es gibt auch noch irgendwas mit Jalapeno, Jalapeno, wenn man da spricht. Ah, das ist cool. Aber das ist scharf, ja. Aber das ist nicht so eklig. Das ist mit Barbecue-Geschmack halt. Hast du das Handtuch? Ja. Es ist zum Glück nicht ganz unwiderlich, weil dieses Originale, ich weiß nicht, was das ist. Wirklich scharf als erstes, schreibt gerne rein. So, was Leckeres habe ich gemacht. Also scharf, es ist lecker, aber nicht richtig. Die XXL Supergroße Mega-Fanta. Das ist, glaube ich, irgendein Traubengeschmack. Wo kommst du denn hier? Irgendein Traubengeschmack ist das hier. Ah ja, okay. Es steht drauf. Fanta Madness. Erfrischungsgetränk mit Traubensaft. Na, okay. So, mal schauen, wer das trinken muss. Das ist ja nicht so schlimm. Ich finde die anderen so ein bisschen echt... Das Ding ist erst mal drin. Dreh erst jetzt mal. Endlich mal erst. Ja! Perfekt! Das kenn dir! Deine wohlverdiente Fanta. Das ging ja runter wie, weiß ich nicht was, wie Butter. Das sah aus, als ob du sie jeden Tag machen würdest. Schmeckt's? Mach ich auch nicht. Hast du es geschmeckt? Nein. Nein, das ist lecker, hä? Mit Weintrauben kenn ich gar nicht. Okay, Ash, was möchtest du jetzt an E-Klinge Sachen da rein haben? Machen wir Wurstwasser. Wurstwasser? Ash, wünschst du dich für die nächste Person Wurstwasser? Schönes Geflügelwürstchen Maika. Was? Und ein Knoblauch. Ja, Knoblauch ist schon lecker. Das Ding ist halt... Knoblauch ist schon lecker. Das ist eklig. Das ist ja wirklich widerlich. Es wirks. Riech mal. Riech mal das klar, nicht voll. Ich auch riech. Ich auch. Ich auch. So will ich mir nicht. Das Ding ist, das will man nicht trinken. Das will man einfach nicht trinken, sowas. Nein, 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 nein. Guck mal, wo ich sitze. Also ich sitze hier und das ist da hinten. Guck mal, dieser Strich hier, der imaginäre Strich, der geht kurz vor der Kante hier. Ich muss mich spucken davon. Hast du das einfach mal so machen, dass wir nicht auf die Person, sondern hier auf diese Striche hier machen? Ist doch schlauer. Ja, was? Nein. Also ich würde sagen, das zeigt Mama an. Wenn ich hier lande, bin ich das, wenn er da landet, ist doch schlauer. Kann ich nur noch einen Schluck nehmen? Nur einen Schluck. Ja, das ist ein Schott. Ein Schott ist ein Schluck. Nein, das ist doch kein... Das ist ein Schluck. Das ist ein Schluck. Das ist witzig. Oh, die Wurst ist richtig ekel. Drei, zwei, eins. Rein damit. Los. Go, go. Weiter. Mehr. Alles. Das muss runtergeschoben werden. Das muss runtergeschoben werden. Wer das jetzt trinken kriegt, erzählt er von dir. Ey, Papa, möchtest du dir 10 Euro verdienen? Nein, was muss ich trinken? Du musst nur dieses eine Würstchenwasserglas trinken. Das haben wir gerade frisch reingefüllt. Das musst du nur einmal kurz trinken, dann kriegst du 10 Euro. Was ist da drin? Das ist Würstchenwasser. Würstchenwasser. Da ist nichts weiter drin. Ich trinke kein Wurstwasser. 10 Euro. Weißt du, was da drin ist? Das ist nur Würstchenwasser. 30 Euro. Da ist nichts weiter. Einfach, einfach... Also ich würde das ja fast trinken, aber nicht so, wenn ihr da alle so komisch... Nein, Würstchenwasser ist es da drin. Das geht nur darum, dass es Würstchenwasser ist. 30 Euro vergeben. Wir essen alle keine Würstchen. Dementsprechend... Du bist mit Ersch, der ist keine Wurst. Der will das sowieso nicht. Denkst du? So, also... Der Einsatz ist da. Wenn du es machst, bekommst du es. Ich hunger in der Woche und lass das sein. Für die 10 Euro. Du kriegst das Geld dafür. Nee, wirklich gar nicht. 50 Euro. 50. Du kriegst eine Solaranlage von mir. Ein Panel mehr. Ein Panel mehr. Das ist genug, was ich hier habe. Dann kriegst du eine Batterie dazu. Da stehen noch vier in der Garage. Dann kriegst du ein Stück Käse. Ein Stück Käse, das seht ihr, das bearbeite ich da. Ich komm mit in den Wald. Ich komm mit in den Wald. Wer hat denn hier schon von getrunken? Das ist vom Glas da. Da ist nichts dran. Da ist irgendwas. Ihr habt da irgendwas mitgemacht. Du merkst was, wenn ich das trinke? Nein. Du kriegst Feuerwerk von mir. Nein, was krieg ich wirklich? Ich habe oben Feuerwerk bestellt. Das ist schon angekommen von Amazon, was wir letztens bestellt haben. Habe ich noch nicht gegeben. Ist das Kinderfeuerwerk schon da? Ja. Ich krieg's wirklich. Du kriegst das dann. Du trinkst das nicht. Du trinkst das nicht. Du kriegst, ich krieg das. Was will ich denn? Ja, diese beiden Kinderfeuerwerks sind da. Du kriegst das wirklich. Reicht ein Schluck, dann muss ich es abzunehmen. Wo ist das Wurst? Das ist ein Schluck. Das ist das Wurstwasser? Ja. Das habt ihr dafür genommen? Da ist nichts anderes drin? Nein. Und wieso macht man jetzt so ein Theater da drauf? Das ist ekelhaft. Also Wurstwasser ist das ekelhaftste von dem, was wir haben. Sogar ekelhafter. Ich glaube, jeder möchte was haben hier. Guck mal. Willst du ein bisschen was haben davon? Guck mal. Mhh, lecker Würstchen. Mhh. Mhh. Lecker, lecker. Willst du ein Würstchen haben? Nein. Ich glaube nicht. Willst du ein Würstchen haben? Der kriegt da gleich rein. Ja. Du kriegst das Feuerwerk? Nein. Das Feuerwerk kriege ich mir trotzdem. Das ist schon da. Das kriegst du direkt jetzt gleich. Direkt danach kriegst du das. Ach nein. Okay, dann machen wir weiter. Dann skippen wir die Runde. Mit dem Glas stimmt irgendwas nicht. Ja, der Witz an der Sache ist, dass Mama es schon im Mund hat und dann wieder ausgespuckt hat. Was? Deswegen, deswegen. Wieso spuckst du das dann wieder rein? Wollen wir alle nicht sonst drüber trinken. Das kann man nicht trinken. Im Ernst jetzt. Das ist ganz, ganz salzig, ganz, ganz salzig und eklig einfach. Auch wenn man ein hohes Essen ist. Komm, du hast das fast getrunken, oder? Komm, wir knutschen sonst auch, ne? Nee, nee, aber das geht nicht. Du kriegst von jedem Zettel auf. Dann ist ich eben schon bei 50 oder so? Ja, okay. Ja, ich hab gerade 50. Wer bietet mehr? 100. 110. 200. 200. 200. 200 im ersten. Ich komm mit 200 und ich komm mit Holzhacken mit. Ich komm auch mit. 250. 250. Mit Holzhacken. Ja. Ja, hier. Mit Holzhacken. Was? Was? Ich fucke es wieder auf. Der hat sich immer untergeschluckt. Wie hältst du das? Ich hab schon lang gespuckt, das wäre so vorbei für mich. Das ist eklig. Das ist eklig. Er guckt mir jetzt nicht. Lass das. Du kriegst nachher so ein Hörkrampf. Lass das. Also, ich hätte jetzt schon... Ich hab so dein Hörchen dran gewirrt. Was? Ich hätte jetzt schon zehnmal Herpes bekommen davon. Ich auch. Scheiße. Wie kann er es denn so lange im Rund verhalten? Ich hab die ganze Zeit überlegt, wie viel Salz da drin ist. Ja, nein. Vielleicht ist das Salz ja nur von dir. Nein, 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 nein. Geht nur noch Zähneputzen oder so. Schlussi. Ja, schön ist das nicht, aber es ist auch nicht so eklig, wie ihr alle tut hier. Doch! Ey, das kam frisch aus Mamas Mund als Quelle. Ja, Mamas Mund als Quelle. Weißt du was? Also... Ähm... Das war natürlich... Natürlich... Natürlich ursprungs. So, okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch eine leckere Sache übrig. Und Karotten-Safz ist auch noch widerlich. Hoch 10. Das Glas muss erstmal abgewaschen werden. Das Wurstwasser war das ekelhaftste überhaupt. Also wirklich von diesen ganzen Sachen, das Wurstwasser einfach überhaupt ist. Jetzt komm, wir müssen schnell weggehen wollen und weitermachen. Papa hatte früher einen Freund, der hatte immer auch so ein Wurstwasser getrunken. Freiwillig? Ja, beim Segeln. Warum hört sich eure Waschmaschine so komisch an? Das ist keine Waschmaschine, das ist die Küchenmaschine, die macht das Teig jetzt. Achso. Achso. Ich dachte, das ist ja eine Waschmaschine. Max sagt jetzt, wieso hört sich eure Waschmaschine so komisch an? Ey, echt? Bist du auch auf Klo oder was? So sehr gehekelt gerade, dass du aufs Klo musst, oder? Ich muss mal ein Stück Wohnessen was zu zeigen. Aber wisst du, was lustig wäre? Also gut, jetzt Schnucki musst du nachher rausschneiden. Wenn du vorher nicht weißt, was da drin war. Ja, aber jetzt hat alles trotzdem gemacht. Nimm kurz. So, ich würde sagen, nach dieser super ekligen, also wirklich super ekligen. Adam kaut noch irgendwas. Noch ein Würstchen hinterher, oder was? Nach dieser super ekligen Runde, würde ich sagen, nehmen wir mal hier den Red Bull. Oh nein, erinnert sich schon wieder. Ja, ein bisschen was, was noch ein bisschen anderen Geschmack hat, würde ich sagen. So, Ash, wo bleibst du? Leo ist da, Adam. So, wer ist jetzt dran? So, wer muss drehen? Du, ne? Ich muss drehen. Ash, kommst du? Eigentlich muss ich aber drehen, weil er es getrunken hat. Ja, ist egal, du warst dran eigentlich. Du meinst jetzt sogar echt nice aus. Oh Leute. Das geht auf Ash. Okay, auf Ash. Ash, dein Red Bull wartet! Der hat doch nicht mal was ekliges gehabt heute, oder? Der hat doch nur leckere Sachen, oder? Ja. Moin! Doch, du hast nur leckere Sachen, Schmierer. Das ist Red Bull. Ist das denn bei mir? Ja, das ist bei dir. Ist das abge... Stimmt, äh, Vater wollte gerade wegen so den Dings bringen. Essig, Wasser, äh, Apfelessig. Ja, trink schnell. Trink, 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 trink. Trink, trink, trink. Nein, trinken jetzt. Jetzt bitte kurz Fahrstuhlmusik einblenden. Ja. Falls du welche findest. Was denn? Fahrstuhl? Fahrstuhlmusik, diese Wartemusik. Ja, das ist eine Warteschleife. Ja, auch. Ja, genau, so eine gechillte, die man sich... Die immer gleich hält. Leo. Mecker nicht. Das war so ekelhaft. Aber man kann es nicht trinken. Wirklich nicht. Auch wenn man Fleisch isst. Leo. Ist das ekelhaft. Wirklich. Ganz. Ganz eklig. Jetzt willst du wissen, was hier los ist, ne? Komm. Ja. Komm. Hier. Leo. Hier. Oh, warte, das ist richtig ekelhaft. Ich kann doch auch schimpfen, ja. Er hat Apfelästig selber gemacht und es gebraucht. Gestern hat er einen Apfelmuskel gegeben. Ah, läuft. Wow. Wow. So, erst trinken. Ich traue mich nicht, dass du trinkst. Ist es abgewaschen? Ja. Sicher? Ja, sicher. Ist es abgewaschen? Ja, wirklich abgewaschen. Nein, wirklich. Jetzt hau weg das Ding. 3, 2, 1, bumm. Und Ash wird heute nicht mehr schlafen können. Okay. So, Ash, was möchtest du als letzte Abschlussrunde haben? Anleg gegen Sachen? Knoblauch. Knoblauch? Wieso Abschluss? Tomate. Tomate ist lecker da. Lecker, aber eklig. Nein. Okay, da kommt jetzt. Ich muss noch kurz die andere Perspektive zeigen. Hi, wird schön hier zu zweit. Dann kannst du erst mal Knoblauch. Ne? Schmeckt er? Ja. Da auch erst mal kurz Knoblauchwasser reinhauen. Das ist echt nicht mehr viel. Oh, mit Knoblauch sogar direkt auch noch. Es reicht, es reicht. Es reicht. Es kann man nicht alles kriegen. Die Knoblauchdosis reicht. Ahhhh. Ich bin nicht überdacht. Du hast es zweimal lecker. Ahhhh. Krissi. Gönn dir. Oh, Krissi. 3, 2, 1, deins. Mit dem Knoblauchding da drin. Ach, ja. Ja. Oder? Scheiße, es ist gesund. Knoblauch ist gesund. Oh, jawoll. Hast du ein Glas? Ohhhh. 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 Ich würde sagen, es war doch ganz spaß hier, oder? Mhm. Wir haben noch mehr Sachen. Was? Noch eine Runde Karottensaft. Nein. Wir müssen uns dabei, glaube ich. Es ist außer Esch. Der hat sein gut gefüllt gehabt. Der hat alles nur Leckeres gehabt. Sollen wir sowas nochmal machen? Schreibt gerne in die Kommentare rein. Wir haben noch super viele Getränke, die wir noch benutzen können. Was wir fürs nächste Mal auch nehmen können, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr mal hier Wünsche habt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.